Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wie ihr schon seht, ist es alles sehr dunkel, wie ihr im Titel schon wahrscheinlich gesehen habt. Diesmal geht es darum, sehen Ameisen wirklich rotes Licht? Und das ist jetzt hier die Frage. Es ruckelt ein bisschen, Entschuldigung. Ja, es ist ein bisschen, weil ich muss jetzt ein bisschen so rumrempeln, sage ich jetzt mal. Und wie ihr schon seht, hier ist das Kabel, eine Lampe wurde vorne ran montiert und ich schalte jetzt mal an. Da, richtig hell rotes Licht. Das ist echt nur rot, also ich habe es schon mal auf meinem Handy probiert, auch so eine Rotlichtlampen-App zu machen und da hat es gar nicht funktioniert. Und deswegen wollte ich es mal unter Frage stellen. Und wie ihr schon seht, sie machen nichts. Also, sie bewegen sich schon normal weiter. Entschuldigung, wie gesagt, für die kleinen Ruckler. Das ist mir echt leid. Aber wie gesagt, sie bewegen sich ganz normal und es ist echt, es passiert, wie sie es normal machen würden. Also, es ist echt alles normal und jetzt wissen wir, Ameisen sehen kein rotes Licht und ich würde mal sagen, das war es mit dem Video. Ciao.